Die Bundesliga ist die Basis für das, was wir erreicht haben. Das heißt, die Basis dafür, dass wir Champions League spielen können, die Basis dafür, dass wir den Weltpokal geholt haben. Die Mannschaft wird irgendwann mal, nicht jetzt, weil dazu hat sie keine Zeit, aber irgendwann mal, wenn man vielleicht mal ein bisschen länger frei hat, ein bisschen länger Urlaub hat, einfach auch mal reflektieren können, was sie da geleistet hat. Solange die Kraft reicht, einfach alles rauszuhauen, was in mir steckt und dann kommt ein neuer Spieler, ein frischer Spieler und so. Und auch nochmal enger zusammenzustehen als Team, als Mannschaft, als Verein, gerade in dieser Situation, weil natürlich alle auch gehofft haben, dass wir vielleicht die Strapazen jetzt mit Katar, vielleicht dort auch kein Klubweltmeister werden, vielleicht ein oder zwei Niederlagen, vielleicht ein bisschen gefrustet nach Hause kommen. Aber das ist dem nicht so, es ist anders gelaufen. Ich bin natürlich sehr froh, wie der komplette Verein, dass es uns gelungen ist, Dayot zu uns zu bekommen. Und das ist aber, wie gesagt, erst für nächste Saison. Unsere Aufgabe ist jetzt, genauso wie auch seine Aufgabe, letztendlich Leistung zu bringen. Er muss noch für RB Leipzig, so wie ich ihn kennengelernt habe, wird er das auch zu 100 Prozent tun. Ich habe gestern mit ihm telefoniert und ich meine, er hat ja sein Faschings-Outfit gehabt für dieses Jahr. Aber ja, ich kann mich natürlich beim Thomas Müller sehr, sehr schwer vorstellen, weil er ist natürlich eher in Quarantäne, Isolation. Er ist natürlich ein Mensch, der sehr gerne kommuniziert, viel kommuniziert. Aber ich habe gestern mit ihm gesprochen und ich habe heute Morgen, also wir haben heute Morgen auch nochmal ein Team-Meeting gehabt und da habe ich über FaceTime ihn mit dazu genommen, also dass er einfach auch weiß, was hier abläuft, dass er dabei ist. Also von daher ist der Kontakt gut und wir hoffen, wie gesagt, er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Wir hoffen, dass er möglichst schnell wieder zu Kräften kommt und natürlich auch der Mannschaft zur Verfügung steht.